Die drei Fragezeichen und der Schatz in dem Boden. Da sind Bob, Peter und Justus. Zusammen sind sie die drei Fragezeichen. Sie machen Urlaub in Ägypten. Hey, wer seid ihr? Wir sind die drei Fragezeichen und machen hier Urlaub. Wir haben eine Karte gefunden. Gehört die dir? Nein. Denkt ihr, hier ist das Schloss? Sieht komisch aus, ne? Ja, denke schon. Los, komm, wir gehen mal rein. Gucken. Kann ja nicht so gefährlich sein. Wow, hier sieht es aber geheimnisvoll aus. Was machst du? Was machst du denn da? Aua. Hey, kommt mal her. Ich hab was gefunden. Wartet. Alter, ist das schwer. Los, komm, wir gehen. Das ist mein Schatz. Gebt ihn mir bitte. Nee, das ist unser Schatz. Wir haben den gefunden. Ihr kriegt auch einen kleinen Finderlohn. Hier ist euer Lohn. Ihr habt ihn euch wirklich verdient. Ciao, Leute. Los, komm, wir gehen auch. Halt, die Karte müssen wir noch holen. Das war ja richtig cool. Ja. Ich freu mich jetzt richtig oft zu Hause. Du auch? Ja. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020